Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. VfL Bochum entlässt Trainer Letsch wegen Negativserie und drohendem Abstieg. Trainerwechsel. VfL Bochum trennt sich von Coach Letsch. Bochum. Der Traditionsklub VfL Bochum gab heute bekannt, dass sich der Verein von Trainer Thomas Letsch getrennt hat. Die Entscheidung kommt nach einer Reihe enttäuschender Resultate in der laufenden Spielzeit und der verstärkten Kritik seitens der Anhänger. Laut einer Pressemitteilung von VfL Bochum wird Letsch von seinen Aufgaben ab sofort entbunden und das Team vorerst von Co-Trainer Peter Grever übernommen. Wir danken Thomas für seine Arbeit und sein Engagement in der vergangenen Zeit, sehen uns jedoch jetzt gezwungen, einen neuen Weg einzuschlagen, erklärte der Sportdirektor Sebastian Schinzilotz in einer Erklärung auf der Website des Vereins. Für uns war diese Entscheidung notwendig, um die aktuellen sportlichen Herausforderungen zu bewältigen und dem Team neue Impulse zu geben. Schinzilotz bekräftigte außerdem die Zielsetzung des Vereins, vor dem Hintergrund einer professionellen sportlichen Führung den aktuellen Leistungstrend umzukehren und noch in dieser Saison den nächsten Schritt zu machen. Letsch hatte sein Amt bei den Bochumern Anfang der Saison übernommen und trotz einiger Höhepunkte, wie dem überraschenden Sieg gegen Bayern München im März, konnte das Team die Erwartungen insgesamt nicht erfüllen. Gerüchte über einen möglichen Nachfolger gibt es bereits, jedoch wurden diese vom Verein noch nicht bestätigt. Der VfL Bochum ist derzeit auf dem 12. Tabellenplatz und hat noch sieben Spiele in dieser Saison vor sich. Die Fans hoffen nun auf positive Veränderungen und einen kräftigen Endspurt. Quellen, VfL Bochum Pressemitteilung, Autor Anita Farke, Montag, 8. April 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Danke fürs Zuhören.